Hi und herzlich willkommen zu dieser Aufnahme. Es ist ein kleines Updates-Video von den letzten, was ich so gesagt geschickt habe, was die SSO-Con betrifft. Die hat heute angefangen eigentlich, aber die ist jetzt schon vorbei für heute. Die war heute so ab 14 Uhr und jetzt ist der Server eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil das ist vorbei. Morgen ist der nächste SSO-Kom-Tag. Sagt lieber das Datum. Moment, wir haben heute den 23. Stimmt's? Äh, ja. Und jetzt gucken wir mal nach dem 24. würde ich mal sagen. Ich habe mir alles notiert. Also da ist um 2 Uhr, also wieder um 14 Uhr. Night Spring Group. Und das ist in den USA. Und 2 Uhr, wieder ab 14 Uhr. Meetup Canada. Magic Star heißt die zweite Group. So gesagt. Und dort werden denn morgen die, ähm, Veranstaltungen, äh, stattfinden. Jetzt kommt das, was für mich wichtig ist. Sagen wir mal so. 25. mit Wort. Am 25. Da ist um 7 Uhr. Uhu. Okay. Asia. Bei Panda Valley. Auf den Server. Und noch mal um 7 Uhr. Im Australien. Da steht mir AUS. Ich würde sagen, das ist Australien. Sunbeam Palace. Auf den Server. Ja, hier steht, ähm, auch noch Break und Meetups. Das haben wir hier. Gut, das ist es ja. Und weitere Informationen sind in den Links enthalten, die hinzugefügt werden beim Video. Was eben, was, äh, die Con-Daten betrifft, aber seid versichert. Ihr könnt da auf jeden Fall Gewinnspiele mitmachen, aber die Voraussichtung ist, dass ihr da Discord besitzen müsst und Instagram. Vor allem auf Discord wird's stattfinden. Und da, äh, würde ich euch erstmal einen Link zu einem YouTuber, äh, geben. Da, der macht jeden Tag Streams dazu. Und hat nochmal ein genaueres Infovideo. Weil ich ja nicht so professionell da drinne bin. Und, ja. Guckt euch einfach bei ihm das an. Ich schicke euch sogar die Instagram-Seite von SSO-Con rein. Und den Rest müsst ihr euch denn irgendwie bei... Der SSO-Con ebenfalls diesen Instagram-Con oder bei... Bei Zapp. Weitere Informationen in der Beschreibung. Genau. Und mehr will ich jetzt eigentlich zu dem Punkt nicht sagen in dem Fall. Deswegen eine Beschreibung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, das nächste Ding ist, ähm... Seit, äh, Mittwoch, äh, bis nächste, übernächste Woche ungefähr. Weil zwei Wochen soll's bleiben, also würd ich ganz stark vermuten, bis übernächste Woche Mittwoch ungefähr. Sag das Datum einfach. Und, äh, hier kann man z.B. den schönen Araber, auf dem ich sitze, kaufen. Hm. Ähm, und, äh, und, äh, noch viele andere Pferde, also es müssten sieben oder acht Pferde sein, die man hier kaufen kann. Und der Araber sind halt speziell neu. Den wollte ich. Dazu gibt's noch, äh, z.B. wie man auch so sehen kann. Das kann man als Schilderungsstand mit auch sehen, sehr gut. Den Satz. Und, äh, das Zubehör des Pferdes. Bis auf das Paninchen. Bis auf das Paninchen kann man die Ausrüstung auch hier kriegen. Und ja, ich seh heut mal ganz anders aus. Ungewohnt. Ich bleib bei meinem Look. Ja, ich werde davon zu meinen anderen Look annehmen. Oder das hier mal. Aber ist nur, grad langweilend mit meinem aktuellen Look. Also, daher. Äh, okay. Mehr Infos hab ich nicht. Und ich hoffe, ihr freut euch soweit. Und übrigens, doch, eine Info fällt mir ein. Da, äh, das Wochenende mit den doppelten Starcoins sollte eigentlich diese Woche sein. Wurde aber auf nächste Woche verschoben. Wegen dieses Event hier. Sag, grüßt Datum. Also, das... Das, warte kurz. Also, das Event mit der... Mit der offenen Tür, was wir... Was ich grad versucht hab zu erklären mit dem Pferd und so weiter. Also, das Datum wird nächste Woche Freitag. Da ist der... Uh. Also, ihr könnt euch eigentlich denken, nächste Woche Freitag. Ich sag jetzt mal einfach so. Ja, die Leute schauen mehr auf das Datum, zum Beispiel. Nicht, nicht... Ach, jetzt kommst du einfach durcheinander, Mist. Nicht nächste Woche, wahrscheinlich immer nächste Woche, weil, ähm... Wenn zwei Wochen das Event bleibt, dann wahrscheinlich die Woche da drauf. Aber ihr werdet es selber sehen. Einfach, so wurde es auf eine Woche... Ne? ...woche verschoben. Wenn ihr das spielen solltet... Wenn ihr das spielen solltet, ist halt gesagt, in Gefahren. Und, äh... Ja. Ihr werdet es sehen. Die meisten werden es... Dieses hier wahrscheinlich... Oder wenigsten, ich weiß nicht... Weil, als Spiel von euch... Werden schon wissen, was... Was damit gemeint ist. Vor allem die Star Rider. Ich würde somit dann die Aufnahme pendeln. Ja. Und ich sag schau mit V und schau mit Ace. So, jetzt wird fertig. Schau mit Rehnbogen, Wölfen.